Hast du schon alles? Warte kurz. Okay. Oh, diese ganzen Kräuter. Ah, danke schön, dass du mitgekommen bist. Ja, ich meine, wir müssen ja für die Gesundheit sorgen, für die, die nach der Jagd wieder zurückgekommen sind, oder? Ja. Komm. Mhm. Die Jagd findet ja auch nur einmal monatlich statt. Stimmt. Ah. Die Sonne geht bald unter. Das stimmt. Uns ballen. Vorsicht, pass auf. Ja. Ich glaub, der Weg war der, oder? Ja. Ja, wir sind da. Oh, Mann. Es ist schon spät. Ist schon leer. Ja, schade. Fast alle sind ja weg. Die große Jagd. Eigentlich sollten sie heute Abend schon zurückkommen. Mhm. Hm. Vielleicht können wir nächstes Jahr ja mit. Ja, stimmt. Wir sind ja schon volljährig. Mhm. Dann, lass uns gehen. Warte? Ja. Die kommen heil zurück. Ja, ja, klar. Dann? Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Mitsu. Mitsu. Warte, warte. Was dann? Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte doch. Es pennt. Was? Ja, es pennt. Was? Mel. Wo sind die anderen? Oh mein Gott. Oh Gott. Wo sind die anderen? Die ganzen Häuser sind weg. Wir müssen das machen. Oh Gott, oh Gott. Versuch, das Feuer zu brechen. Schau mal, hier. Hier lagen, hier lagen Sachen. Die liegen alle. Nein. Lass uns einfach weg hier, okay? Ja. Warte. Einfach weg. Lass uns auch die Sachen aus dem Haus holen. Okay, ich hab Äpfel. Und Wasser. Nimm noch Schwert und alles. Hab ich, hab ich. Okay, ich hab alles. Schnell, schnell, schnell. Ich geh jetzt einfach weg, okay? Ja. Gut. Was ist denn passiert? Mann, setz dich nicht noch mehr. Komm, wir sollten hier lang weiter, oder? Hey, warte. Ich hab nichts mehr zu trinken. Was ist das? Ein Häuschen, oder? Schau mal. Moment, ich schon. Du weißt, unsere Familie will nicht, dass wir in die Nähe von solchen Häusern gehen. Fanden Leute nicht. Wollen wir Hilfe suchen? Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen unsipend, dass wir hier in die Nähe von oben berührt haben. Damalui bist duareth. Ob stadium! Toastet Daniel! Da! Ich bekomme dich jetzt! Untertitelung des ZDF, 2020